Renate Bergmann. Das Dach muss vor dem Winter drauf. Die Online-Omi baut ein Haus. Gelesen von Carmen Maria Antoni. Mein Name ist Renate Bergmann. Ich bin 82 Jahre alt, eine geborene Strelemann und ich lebe in Berlin. Sicher in Spandau, aber man kann es drehen und wenden, wie man will. Ich bleib doch Berlin. Ich bin zwar alleinstehend, aber in meinem Leben war ich ganze viermal verratet gewesen. Ach, es ist ein Jammer. Kaum hat man im Kopf alles so weit beisammen, dass man denkt, man versteht ein bisschen was vom Leben, fängt man an zu vergessen. Und das Schlimme ist ja, dass ich als ältere Frau das ja nicht mal zugeben darf. Was meinen Sie, was dann los ist? Da fangen alle an, sich zu kümmern und auf einen aufzupassen. Wenn Sie als jüngerer Mensch beispielsweise mal die Kartoffeln anbrennen lassen. Was passiert da schon groß? Sie weichen das Malheur schön ein, setzen neue auf und fertig ist die Laube. Letzten Herbst war es bei mir so weit. Ich hatte die Salzkartoffeln angesetzt, drei für Stefan, je zwei für Ariane und mich, eine für die kleine Lisbeth, na, und noch fünf für den Topf. Da läutete es. Gerda Wichelsbach war da. Gerda bringt mir immer altbackene Brötchen, aus denen ich mit dem Höllenmischer von meiner Tochter Kirsten Semmelmehl reibe. Also das macht ja heute auch fast keiner mehr. Lieber wird alles weggeschmissen und für teures Geld Brösel angeschafft. Gerda selbst wohnt bei ihrer Tochter, die diese Schweinerei nicht in der Küche haben will. Na ja, und wie das so ist, wenn man sich ein Weilchen nicht gesehen hat, wir wechselten ein paar Worte, Gerda berichtete, dass Schwester Sabine den Führerschein wegen Trunkenheit am Steuer losgeworden war. Also denken Sie sich das mal. Na ja, und so gab ein Wort das andere und wir vergaßen die Zeit. Ja, das Tochter, die sie mitgebracht hatte, hupte schon wie eine Wilde und deutete auf ihre Armbanduhr und so verabschiedeten wir uns nach kaum einer Dreiviertelstunde. Wie ich wieder in meine Wohnung hochkomme, da war da schon überall Rauch. Du liebe Zeit! Also angebrannte Kartoffeln stinken wirklich fürchterlich. Ich hatte kaum das Fenster aufgemacht und kaltes Wasser über das Desaster laufen lassen. Na, da ging's schon los. Die Meiser war die erste aus meinem Haus. Sturm hat sie geklingelt und wie eine Furie an die Wohnungstür getrommelt. Als ich an der Türe war, drückte sie mich wie ein Sonderkommando der Brandlöschmeister gegen die Wand, rannte durch den Flur in die Küche. Und noch ehe ich die Tür hätte zumachen können, stand auch schon die Berber im Korridor. Die kaute noch. Sie war wohl direkt vom Mittagstisch aufgesprungen. Obwohl, die kaute eigentlich immer. Das hat im Grunde gar nichts zu bedeuten. Jedenfalls legten sie nun beide los. Zusammen pusteten sie sich auf wie Frösche zu Elefanten. Äh, nee, Mäuse. Naja, sie wissen schon. Also, was musste ich mir alles anhören? Es hätte sonst was passieren können. Das ganze Haus abbrennen. Dann wären wir alle obdachlos und müssten auf einer liegenden Turnhalle kampieren, legte die Berber los. Also, ich wollte mir das gar nicht vorstellen, wissen Sie? Hat man es denn nicht schon schwer genug, wenn man abgebrannt ist und ohne Dach über dem Kopf dasteht? Muss man die Leute auch noch auf Klapp liegen in einer Turnhalle schlafen lassen? Was sollen die denn da? Geräte turnen machen? Also, wenn man nachts hochschnellt, stößt man sich noch den Kopf am Schwebebalken. Hinzu kommt, dass die Berber schnarcht. Die hört man des Nachts über zwei Etagen den Wald zersägen. Und das zu wissen, muss man gar nicht an der Tür gelauscht haben, ja? Nee, 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 nee. Aber wenn die Kartoffeln anbrennen, bringt es einen auch zum Grübeln. Irgendwann geht es eben nicht mehr alleine und man wird auf Hilfe angewiesen sein. Es muss ja nicht gleich ein Heim sein, aber doch jemand, na der mal guckt. Ob man auch den Herd abgestellt und alle Überweisungsscheine ausgefüllt hat, ja. Da ist man ja noch lange kein Pflegefall. Man fühlt sich nur wohler, wenn man weiß, es schaut dann und wann jemand bei einem rein und man ist nicht allein. Aber wer sollte denn das sein? Also zuerst kommt einem dann natürlich das eigene Kind, meine Tochter Kirsten, in den Sinn. Aber die wohnt weit weg und ich kann nicht sagen, dass das schade ist. Warten Sie nur ab, Sie werden noch verstehen, warum. Familie ist aber heutzutage nicht nur, wer im Stammbaum steht, sondern vielmehr, wer im Herzen wohnt. Also Freunde und liebgewonnene Bekannte. Da muss man auch mal durchgehen, wer in Frage käme. Nun also, ich sag Ihnen ganz ehrlich, meine Freundinnen Ilse und Gertrud sind mein Jahrgang und Kurt, der Angetraute von Ilse, hat sogar noch ein paar Lenze mehr auf dem Buckel. Aber Hilfe und Betreuung von denen zu hoffen, das wäre vielleicht, naja, etwas zu optimistisch. Da bliebe noch Stefan, was mein, warten Sie mal, lassen Sie sich mal überlegen, Neffe, ja, er ist ein angeheirateter Neffenenkel oder so. Ein Enkel des Bruders meines ersten Mannes Otto. Jedenfalls sagt er immer Tante Renate zu mir und hat eine gute und patente Frau, die Ariane. Und die kleine Lisbeth, die mir wie eine Enkeltochter ans Herz gewachsen ist. Stefan hat im Grunde heute schon ein Auge auf mich und hilft mir hier und da, wenn der Fernseher mal zickt oder sonst wie Not am Mann ist. Wie Letzthin, als ich dachte, die Horst Lichter ist auf der Sonnenbank verkohlt, aber da war ich nur mit dem Staublappen auf den Knopf mit der Farbe gekommen und hab es verstellt. Stefan hat es wieder gerichtet und auch gleich das Handy kontrolliert. Er löscht immer alle möglichen Nachrichten, wenn Herren mir schreiben, dass ich in Nigeria geerbt habe oder dass ich Viagra kaufen soll. Nee, also der Stefan, das ist ein guter und er kommt fast jede Woche vorbei, aber er wohnt eben auch eine halbe Stunde Fahrtweg weg. Wie schön wäre es doch, wenn man dichter beisammen wäre. Gut geplant ist halb gebaut. Oder war das andersrum? Ariane hat den Apfel weggeschmissen, nur weil er ein bisschen schrumpelig war. Der ist doch noch gut. Den kann man doch noch essen. Also, wenn ich in den Spiegel gucke, kriege ich richtig Angst, was sie wohl mit mir macht. Ach, wissen Sie, das Leben ist schon ein Schlawiner. Immer wenn man denkt, nun ist alles in geordneten Bahnen, passiert was und stellt alles auf den Kopf. Kaum war ich den Tag zur Tür rein, hatte Katerle versorgt und mich an den Küchentisch gesetzt, um die Post durchzugucken. Da ging die Türglocke. Es waren Stefan und Ariane, was mich so gleich stutzig machte. Ariane kommt sonst nur mit zu mir, wenn es unbedingt Not tut. Sie hat immer Angst, dass sie die Schürze umbinden muss und Haushaltskniffe beigebracht kriegt, das ungeschickte Ding. Naja, nötig wär's ja. Deshalb kommt Stefan meist allein zu mir. Ariane putzt ja lieber weiter bei Sonnenschein die Fenster und ärgert sich hinterher über die Schlieren. Aber jetzt war sie aber mit. Nur die Lisbeth hatten sie nicht dabei. Tante Renate, komm, nun setz dich erst mal hin, begann Stefan das Gespräch. Na, no. Den Satz kannte ich doch. Den hatte er doch schon mal zu mir gesagt. Ich grübelte. Kennen Sie dieses Gefühl, wenn etwas passiert und die Situation drumherum ist insgesamt wie ein Schluck auf, dass man sich nur immer und immer wieder denkt, na nun, na nun, das hab ich doch schon mal erlebt. Der Franzose sagt Dejavu, glaube ich. Und ich, ach du Schreck, ja, ich erinnere mich ganz genau. Es war damals, als der Stefan die Ariane frisch als Freundin hatte und die schon nach ein paar Wochen die kleine Lisbeth unter dem Herzen trug. Ich lugte aus den Augenwinkeln rüber zu Ariane und als ich sah, wie ihr so ein Zucken über das Gesicht tuschte, na, da wusste ich Bescheid. Da flitzte sie auch schon los. Es war nämlich kein Magenflattern, sondern die Schwangerschaftsübelkeit, unter der sie wieder ganz furchtbar litt. Ach, das arme Ding. Das ist wie bei der Prinzessin Käthe von England, der Frau von William, wissen Sie? Die hatte auch bei jedem Kind solche Probleme mit dem Thema. Immer muss die alle Termine absagen und der William muss allein mit den Kindern und dem Händeschütteln und dem Winken klarkommen. Ah, ihr zwei seid mir welche. Meinen herzlichsten Glückwunsch. Wann ist es denn so weit? Die Schwangerschaft war noch ganz frisch. Es war noch in der Phase, wo man nur im ganz kleinen Kreis innerhalb der Familie darüber spricht und es so noch nicht offiziell bekannt gibt. Also, mich freute das natürlich. Die beiden sind jung und voller Energie. Das sollen sie auch Kinder kriegen. Jetzt haben sie noch die Nerven und die Kraft, ihrer Herr zu werden. Ich fragte mich aber doch, ob es wohl so geplant war? Na, bestimmt. Heutzutage hatten die jungen Leute doch alle Möglichkeiten, das ein bisschen zu steuern, ne? Kaum sind sie 14, rennen sie doch zum Frauenarzt und wollen die Pille. Und diese Gummitütchen, die hängen auch in jeder Kaufhalle am Ständer vor der Kasse. Also, ich weiß das. Ich hab acht Päckchen davon zu Hause, ja? Wie oft hab ich mich schon vergriffen, wenn ich Batterien oder Streichhölzer wollte? Das ist aber auch immer eine Hektik beim Bezahlen. Also, nee. Von hinten schieben sie einem schon den Einkaufswagen in den Hacken und vorne plärrt die Kassiererin. 24, 20, während man noch die Punktekarte sucht. Und ehe man die Streichhölzer gefunden hat, hat man wieder diesen Schweinekram erwischt. Nee, also wirklich. Man kann das heutzutage so viel besser planen als wir damals. Bei uns musste ein Nein-Otto-Heute-Nicht reichen. Es gibt jetzt sogar Äpse für den Handy, wo die Frauen Tagebuch über... Na ja, also, die können da eben alles eintragen. Ich weiß das. Stefan hat mir das gezeigt. Ich war sehr verwundert, aber er sagt, er führt das für seine Kollegin ein bisschen mit und weiß so schon immer im Voraus, wann welche schlechte Laune hat. Wünscht ihr euch denn einen Jungen oder wieder ein Mädchen, erkundigte ich mich, nachdem ich aufs Herzlichste gratuliert und einen Korn zum Anstoßen geholt hatte. Für Ariane gab's natürlich Wasser. Wissen Sie, im Prinzip ist das ja egal. Hauptsache gesund, sage ich immer. Aber so ein kleines Pärchen, ach, das wäre schon schön. Und ein Stammhalter in der Familie, wobei das ja dieser Tage keine Rolle mehr spielt. Heute sind doch alle so gleichberechtigt, dass man schon Ärger kriegt, wenn man was ohne innen sagt oder schreibt. Das nimmt aber Auswüchse an, die schon wunderlich sind. Bei uns in der Kaufhalle haben Sie abgepacktes Hähnchenfleisch, auf dem Hähncheninnenfilets steht. Also ich bitte Sie, das ist doch Blödsinn, nicht? Da kann man doch Hühnchenfilets schreiben und gut. Naja, mir ist es im Grunde genommen auch ganz egal, ob es Hähnchen- oder Hühnchenfleisch ist. Hauptsache es ist zart und lässt nicht zu viel Wasser aus beim Braten. Beim Sportreden sah auch mal so ein Quatsch, wie neulich beim Schwimmen, als die Staffel dran war. Die Französin ist gut angeschwommen, aber ihre Lanzmänninnen konnten hinten raus das Tempo nicht halten. Statt dass der Lanzfrau sagt, verringt er sich die Zunge, der olle Plapperkopp da am Mikrofon. Naja, das ist bestimmt so einer, der auch Hähncheninnenfilets ist. Naja, wie dem auch sei. Wir hatten also eine Situation, in der Renate Bergmann den Dienstagstanz-Dee mit den Witwen erst mal aufschieben musste. Familie geht schließlich vor. Und auch wenn man sich nicht einmischen und den jungen Leuten reinreden darf, war es doch an mir, ein paar Denkanstöße zu geben. Es ist manchmal gar nicht verkehrt, wenn man sich mal verläuft. Beim Suchen nach dem richtigen Weg zurück entdeckt man oft spannende Pfade. Naja, man musste gut überlegen, wie es weitergeht. Stefan und Ariane wohnten zur Miete, also genau wie ich. Aber nicht in Spandau, sondern ein Stückchen rein nach Mitte hin, als im Wedding. Die haben zwei Zimmer und eine kleine Kammer, in der das Kind schläft. Die Kammer kann man ja nicht als Zimmer rechnen, so klein ist die. Eine Küche haben sie natürlich auch, in der bleibt der Herz zwar meist kalt, aber das ist ja hier nicht das Thema. Und Badestube und Spürtoilette in. Naja, nicht, dass sie denken, sie müssen auf den Hof oder die halbe Treppe runter. Nee, nee, nee. Also so ist das ja nicht mehr. Aber es ist doch recht beengt und, naja, nicht so sehr schön. Im Grunde wohnen sie nicht viel anders als Otto, mein erster Mann. Und ich, nach seiner Zeit, ja, Moabit war es in Moabit. Das ist ganz dicht dabei. Also wenn ich Stefan und Ariane besuche und ein bisschen vor der Zeit bin, dann bummele ich da ab und an mal vorbei. Da kommen die Erinnerungen wieder hoch. Hinterhaus zwei Treppen hoch, zur Untermiete bei Mutter Fetschau. Ja, da haben wir gewohnt. Nur war bei uns die Toilette auf dem Hof und gebadet haben wir am Sonnabend in der Zinkwanne im Waschkeller. Mutter Fetschau hat die Miete immer im Voraus kassiert, in bar, und ließ sie in der Schützentasche verschwinden. Ja, ständig wollte sie mehr. Das war eigentlich damals genauso wie heute. Ja, naja, ist doch wahr. Die Mieten werden jedes Jahr teurer. Sie ahnen ja nicht, was die einem abknöpfen mittlerweile. Und gerade in Berlin, da wird das immer verrückter. Wedding war früher ein Arbeiterviertel. Das war nie prächtig und schick, sondern schmuddelig und primitiv. Aber da es überall teurer wird, ziehen die jungen Leute dahin, wo die Preise noch halbwegs annehmbar sind. Aber das hat dann zur Folge, dass die Preise auch da immer mehr ins Unverschämte steigen. Mittlerweile gibt es in der Straße von Stefan und Ariane vier Läden, wo man Makito Latte kriegt, ja? Aber Kurzwaren und Handarbeitsbedarf? Fehlanzeige. Allletzthin haben da auch zwei Freundinnen von meiner Kirsten, die eben etwas, also esoterisch unterwegs sind, eine Praxis eröffnet, in der sie beim Finden der Mitte helfen. Dabei ist Mitte nun wirklich nicht weit von Wedding. Man kann ja den Fernsehturm schon sehen. Ach, da macht sich aber auch kein Politiker richtig Gedanken drüber, wie man das Problem mit dem Wohnen lösen kann. Es muss doch wohl möglich sein, dass man genügend bezahlbare Behausungen für alle hat. Also ich bitte Sie, der Krieg ist doch nun wirklich schon lange her. Neulich hat eine im Fernsehen gemurmelt, der demografische Wandel wäre schuld. Auf Deutsch, wir Alten. Das ist ja eine Frechheit, ne? Das sollte sie mir mal ins Gesicht sagen. Die würde mich aber kennenlernen. Früher haben wir gesagt, die Alten leben immer länger und fertig war's. Das kam ja schon bald nach dem Krieg auf, dass jeder Tabletten für den Blutdruck nahm und dass es nichts Besonderes mehr war, wenn einer im Dorf gut über den 80er hinauskam. Heute ist es schon fast der Normalfall. Nur tut man fein und nennt es demografischen Wandel. Das Problem wäre aber lange nicht gelöst, wenn sie uns Omas und Opas kurz hielten mit den Tabletten und der da oben uns früher heimriefe wieder. Es wachsen nämlich auch nicht mehr so viele Jungen nach wie zu meiner Zeit. Das liegt ihm aber auch am Fernsehprogramm. Da kann mir einer erzählen, was er will. Früher gab es drei Programme. Kurz vor Geisterstunde kam der Kuhlenkampf mit den Nachtgedanken, die Nationalhymne wurde gespielt und dann war bis nächsten Mittag Schluss. Testbild. Ja, was blieb den Leuten denn da übrig, als ins Bett zu gehen? Zum Lesen war es zu dunkel, also hat man, man hat was für die Bevölkerungsentwicklung getan. Jawohl. Nun achten Sie mal darauf, wie viele Leute Anfang, Mitte September Geburtstag haben und dann rechnen Sie neun Monate zurück. Ja, das ist die Weihnachtszeit. Da wissen Sie Bescheid, was die Eltern da gemacht haben. Da hatte man mal Gelegenheit für sowas, nicht wahr? Habt ihr euch denn schon Gedanken gemacht, wo ihr wohnen wollt, Stefan, fragte ich. Naja, so beengt wohnen geht auf die Dauer natürlich nicht mit zwei Kindern. Wir müssen gucken, wo wir was Größeres finden. Aber die mieten. Ariane blies die Backen auf, sie hatte im Online schon rumgestöbert und ihr war fast das Herz stehen geblieben, sagte sie. Es würde nicht leicht werden, aber sie wäre dran und hätte auch schon selbst eine Suchanzeige aufgegeben und mit einem Makler gesprochen. Es wird sich schon fügen, Tante Renate. Uns drängt ja erst mal nichts. Lisbeth ist untergebracht und das Kleine kann die ersten Monate auch bei uns schlafen. Also das kann nicht gut leiden an Ariane, wissen Sie? Die ist sehr patent und macht immer das Beste aus der Situation. Eine gute Frau hat sich da der Stefan ausgesucht, auch wenn sie fertig ein Klosteuch kauft. Dann bat mich Ariane noch, Augen und Ohren offen zu halten. In deinem Bekanntenkreis wird doch vielleicht hier und da mal was frei, Tante Renate. Einer geht ins Altersheim oder geht ganz plötzlich heim. Sie versuchte, Pietät voll zu bleiben. Ich sage Ihnen, das ist nicht bei allen der Fall. Es gibt auch richtig schlimme Gangster, die da Schindluder mittreiben. Denken Sie sich nur, als Richard Haxmann von uns gegangen ist, bekam seine Ursel zwei Tage, nachdem die Sterbeanzeige im Kurier war, eine Mahnung von einem Sexversand. Richard soll angeblich unanständigen Kram für bald 150 Euro gekauft haben. Und nun bitte man doch, dass das diskret bezahlt und aus der Welt geschafft wird. Ah, Ursel war zum Glück helle und hat ihn schriebsgleich ins Feuer geschmissen. Richard war nämlich seit zwei Jahren bettlägerig und konnte gar nicht im Schweinskramkatalog geblättert haben. Irgendwelche Halunken haben da die Anzeigen durchgeguckt und einfach Mahnbriefe verschickt. Eine Frechheit ist das, als ob man in so einem Moment nicht schon Kram genug hat. Aber wie viele überweisen in einer solchen Verlustsituation, wo man ja unter Schock steht, aus Scham? Oh nee, ist das eine Unverschämtheit. Naja, aber jetzt, was wollte ich denn eigentlich sagen? Äh, ach ja, ach ja. Also seit neuestem telefonieren die Wohnungssuchenden in Berlin nicht mehr nur die Wohnungsanzeigen ab, sondern auch die Traueranzeigen. Ja. Das ist vielleicht nicht sehr rücksichtsvoll den Angehörigen gegenüber, aber auch nicht dumm, ne? Denn hin und wieder fügen sich da die Interessen ganz gut zusammen. Die Kinder von der ollen Kneckemann, ja, die nie grüßt und das Bein so nachgezogen hat, die haben die Wohnung, wie sie war, an die Nachmieter übergeben und konnten sich die Sperrmüllabfuhr und das Malern sparen. Win-Win-Win-Situation, hat Stefan gemurmelt. Und dass er da auch zugreifen würde. Und darauf spielte Ariane an. Warum sollten die jungen Leute auch nicht von meinem ausgezeichneten Kontakten profitieren? Ich versprach, mich umzuhören und stieß mit Stefan erst mal an. Wir mussten das alles ja auch nicht gleich heute entscheiden. Das Baby war ja gerade frisch angesetzt, sozusagen. Kommt Zeit, kommt Rat, hat Oma Strelemann schon immer gesagt. Ich verabschiedete die jungen Leute und mahnte Stefan darauf zu achten, dass Ariane sie schont. Naja, ich wäre aber auch nicht Renate Bergmann, hätte ich nicht schon eine Idee im Sinn gehabt. Ja, haha. Ja. Ja. Nie. Ja. Vielen Dank.